seid herzlich willkommen liebe zuschauer liebe abonnenten hier auf dem kanal von old gaming dead lp weiter geht es mit medieval dynasty wir haben jetzt die halbe jahreszeit winter hammer rum wir haben eigentlich alles erledigt in den dörfern haben die einzelnen verkäufer kein geld mehr das heißt wir haben aber noch ähnliches zu verkaufen deswegen schlafen jetzt in die neue jahreszeit und dann werden die kassen von denen wieder aufgefüllt also ab ins bett und schlafen bis zur nächsten jahreszeit und das ist dann der frühling ach der gläubach kriegt er die tür vors hirn so wir müssen steuern zahlen hallo ja ja grüß dich du bist mein sohn du kannst du nicht einfach weg laufen wenn ich mit dir reden will papa sagt das möchte ich mal genauer ansehen also da kommt nichts dabei raus der jahren zwei jahre alt okay hat er rotes häkle warum hat er rotes häkle und er hat schon wertigkeiten um die fünf und um die vier das ist der helle wahnsinn das ist also ein überjahr bleibt doch mal stehen also ich weiß nicht ja ja warte mal ich mach mal die entschuldigung war erst einmal die fackel weg brauchen wir ja nicht so jetzt was halt einmal da kann man stehen kerl ja ich habe eine kleinigkeit für mich stimmt nicht ich bin was gut danke tschüss und mann so wusste meine frau ja grüß dich habe die erde warte mal du musst arbeiten also mal den kopf machen wo es einsetzen muss ich mal schnell eine pause machen sorry ja weiter geht so jetzt schauen wir mal jetzt habe ich mir erst einmal alles notiert dort der kleinerung der jahren soll jahren pass mal auf ich habe was für dich ein holz riechen was er mal auf bestätigen ja du bist du denn komm urli ja was für dich ja ich habe die kleinigkeit für dich ein holz riechen siehst du ein holz riechen der jahren siehst du da freut es sich ne persönlichkeit ist draufgänger acht du uns ist nicht dann gibt aber du bist der beste ja auf jeden fall denn was gut kerlchen danke wir wollen jetzt noch das restliche zeug verkaufen was wir eventuell verkaufen können also müssen wir erst mal unseren esel rufen der ist ja auch noch vollgepackt so dann klatschen wir da noch wahre rein dann verkaufen die in piastopia und dann haben wir doch hier schon wieder an der anschlagstafel gibt es doch schon wieder sachen wo da gibt es eine quest zu erledigen da hinten da gehen wir doch gleich mal vom besten hin da gehen wir doch gleich mal hin schauen wir mal was die von mir wollen wer ist denn das war er da hinterher okay was hast du für probleme erzähl einmal so also kommt erzähl mal ja putzis love was was gibt es denn mit dir wie geht es dir denn eigentlich mir geht es gut kann ich dir bei etwas helfen ja du kannst ich habe ein kleines problem ich habe mich mit meinen freunden gestritten über wein auch nee ich glaube dass blauenwein der beste wein ist und mein freund behauptet es wäre kirschwein jedem das was er mag ich sehe da kein problem ja über nichts wird so erbittert gestritten wie über essen und getränke wein ist wein kein grund zu streiten nehmen wir mal die erste hier oben nun wir wollten eine verkostung organisieren um so unseren streit für für unseren streit ein für alle mal beizulegen ich sollte blaumenwein mitbringen das problem ist nur dass ich ihn ausgetrunken habe weil ich der verlockung einfach nicht widerstehen konnte wo ich verstehe ich brauche dringend eine flasche blauenwein sonst verliere ich ich kann dir blauenwein bringen aber alles hat seinen preis das hättest du dir überlegen sollen bevor du ihn ausgetrunken hast und es besteht die gefahr dass du auch die nächste flasche wieder ausdrinkt von mir bekommst du keine hilfe ne wir nehmen das erste ok gut ein grund zum weinen ok ja esel dankeschön dass du gekommen bist oder den stein immer klein mit liegt hier noch mehr zeug rum ne ne dann müssen wir mal gucken blauenwein habe ich zufälligerweise blauenwein der kleine jahren der rennt da rum ne blauenwein jetzt passen wir auf habe ich hier pflauenwein blauen saft ne blauen saft ich habe kein pflauenwein weil ich pflauenwein wenn man schauen wir mal hier rein habe ich gar nichts und damit pflauenwein dann ist es soweit dass wir blauenwein kaufen müssen momente mal mache ich mal kurze pause so weiter geht so mein esel ist mir natürlich nachgedabelt der sollte eigentlich ja hierher kommen weil wir müssen noch ein bisschen was einladen esel wirst du denn jetzt für den kerl immer wieder finst ne hallo ja da ist er doch also kommen ja schreie das so rum was hast du noch 75 kilo hast du drin das brauchen wir mal ja jetzt gehen wir erst einmal hier rein packen wir dich erst einmal wieder gescheit steigen wir ab weil wir müssen ja wieder von einer truhe zur anderen alles mögliche machen also auf mich klatsch dir jetzt erst einmal ein bisschen was rein bronze hacke haben wir gesagt kriegst du erst einmal die drei hemmer dann bin ich schon wieder etwas leichter bronze weil die bronze messer kriegst du auch bronze pfeile kriegst du so dann haben wir warum sie sich so habe ich ihn hier tun achten müssen wir schnell noch weg bringen eisen achs drei stück dann lachs den hat nur eingekauft den tue mal hier rein lagern nein nein du bist doof lachs wieder raus der könnte woanders hin und kerl wieder nicht aufgepasst spät dann wieso hat der federn der braucht keine federn sondern noch einmal flachs bleibt ja das braucht man kupfer hammer wiegst du mal zehn stück und kupferpfeile die restlichen kriegst du auch noch und die pelz schuhe ok so dann mal renne ich mal schnell ich renne überhaupt gar nirgends wohin ich rolli jetzt bin ich aber ganz außen konzept der dun kommt da rein die federn der flachs der flachs fallen der eine stein über den ich gestolpert bin kommt da rein so was haben wir noch zum weg machen eine bund habe auf jeden fall einfache schuhe kommt weg damit tunica auch noch mal zwei weg kleiner rucksack brauchen wir danach nach der wird gebaut zweimal leinenhemd machen wir einmal leinenhemd ok google mit pelz können locker zehn verkaufen hose können mindestens so viel verkaufen kabel mit haufe auch kurz ähnliche tunica die sind ja gleich wieder pleite wenn wir drüben sind leinenhemd leinenhemd mütze können wir auch verkaufen ach pelz schuhe war schon wieder so viele weg damit pelz umhang auch so viel weg damit sattel heben wir mal auf so viel zettel 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 braun und 2 weg satteltasche braucht man schuhe haben wir schon wieder so viel und stiefel haben wir nur einmal ok so was haben wir an sachen bronze ax da können wir garantiert zwei verkaufen hake können wir locker noch einmal 2 verkaufen 4 und bronze hammer können wir auch drei verkaufen bronze messer locker fünf weg und sich nur schuhe schere brauchen wir auch nicht so viel wird einmal da können wir drei verkaufen sense das lassen wir mal sich lassen wir auch mal und die hacken lassen wir mal einmal eisenarm brüste brauchen eisenachs eisen bolzen eisen bolzen naja wenn ich wieder auf jagd geht sind 30 40 bolzen mit einem ruckzuck weg also lassen wir die mal eisenhacki hätten acht können wir auf jeden fall drei können wir auf jeden fall verkaufen eisen hammer da können wir auch mindestens die hälfte verkaufen so viel braucht der schmied gar nicht eisenmesser da können wir die hälfte verkaufen war die hälfte verkaufen bin ich schon wieder top voll ne so ok also esel auf geht's wir reiten zum verkauf und dann mache ich euch erst einmal eine pause bis wir drüben sind so weiter geht's ja wir sind auf dem markt stand angekommen und jetzt tun wir als allererstes mal nein es war verkehrt wir gucken ganz schnell in die verwaltung und wir gucken ganz schnell die brauchen schon wieder zeug müssen wir denen wieder viel schwer gemacht 20.000 stück lager wir schauen schnell mal ins materiallager und da haben wir münzen mäßig nur mal schauen münze 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 wussten wir so weit unten hätten sagt geld sie schreiben können wäre es weiter oben gewesen münzen also wir haben also im lager ja genau im lager haben wir jetzt 14.000 erst hat man 13.000 schon klar da wollte ich ja gar nicht reingucken wollte bei mir ja gucken 69.000 ok also gut dann machen wir jetzt hier erst einmal wieder geld also pass auf du hast geld du hast aber nicht viel geld du hast ja nicht viel geld so zwei stück jetzt hat er noch 90 90 eures hat er noch dann kannst du eine bunthaube kaufen okay jetzt was noch 26 dann kannst du noch haben 26 hat er noch steinhacke wieso kostet das so steinhacke ja die kannst du auch noch haben drei stück siehst du dann hast du noch vier euro ok den rest lassen wir hier so ich mache jetzt erstmal der pause für euch weil bei jedem zugucken wie ich was verkaufe ist ja blödsinn also bis gleich so weiter geht's ich habe jetzt die händler hier alle platt gemacht ja jetzt schauen wir mal was dabei herausgekommen ist jetzt haben wir 79.000 79.000 haben wir jetzt wieso haben wir 79.000 also jetzt kommen wir noch die 14.000 von markt schon dazu ok 80 90 oh ja dann schaffen wir die 100.000 noch so das heißt wir schalten jetzt mal um und dann gehen wir mal zu unserem taxi damit wir das heute an einem tag nämlich alles noch schaffen stopp 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 so warte mal wenn ich dir noch was abnehmen ich bin ich schon voll wo wo gehen wir denn hin warte mal gehen wir nach skauke ok gehen wir nach skauke pass auf mit gefahren nach skauke ja kein problem dann mal los ok auf geht's bis in skauke sind wir ja bis ich bei die händler bin also da hat es ja bloß drei händler war erstmal der pause für euch so ganz kurz mal die pause weg gemacht habt ihr euch gemerkt was wir hatten also skauke hat auch kein geld mehr schauen wir mal was wir jetzt haben jetzt haben wir 83.900 14.000 kommen noch von den marktständen dazu wir sind gut im rennen ihr lieben leute so jetzt geht sie die nächste ortschaft wo gehen wir denn jetzt sind von skauke gehen wir mal nach ja gehen wir mal nach ost teuer ach so ich muss noch den kleinen blaumenwein kaufen das hätte ich doch in piastovia gleich machen können ich nasenbär naja gut das klima auch noch im griff aus teuer gut gehen wir nach ost teuer da gibt es zwei oder drei drei händler gibt es in ost teuer glaube ich so kommt ja ich brauche mal eine mit fahrkelegenheit nach ost teuer kein problem dann mal los ok machen eine pause bis wir in ost teuer sind weiter geht's ihr werdet es nicht glauben aber diese drei händler hier habe ich also auch platt gemacht jetzt schauen wir noch mal zum spaß ins inventar wie geld ich jetzt habe ich 88.000 also wir fahren jetzt in die nächste stadt da machen wir dann die 90.000 voll dann haben wir mit den 14.000 aus den marktständen haben wir die 100.000 und mit die 100.000 fangen wir an uns das zeug zu kaufen okidoki so machen wir es gut dann fahren wir jetzt nach warte mal wir sind in ost teuer ins gauge und pisto piastovia gewesen die haben alle platt gemacht also müssen wir jetzt nach clonica clonica das letzte dorf was noch geld hat ja clonica ich will nach clonica dankeschön kein problem dann mal los clonica hin und clonica her nehmen das leben nicht so schwer so eselchen kommen es ist eine tagesrund reise wie spät haben wir es denn auch wir haben schon 18 uhr müssen wir uns beeilen kommen esel schaut erst herkunft wir haben es eilig dann reiten wir wohl nach gauten hill so ist pass auf als erstes gehen wir zur kräuterhex zur kräuterhex wo ist denn die kräuterhex die ist diesmal nicht da weil sie schon heimganger ist ist ja logisch dünner wetzing kräuterhex da ist doch die kräuterhex hallo 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 zeigen wir mal deine wahre 1200 hat sie noch wohl strumpfhose kriegst du so dann hat sie noch 500 dann kann sie was kann sie denn noch kaufen für 500 dunner wetter noch einmal bronze hammer das kannst noch kaufen kommen zweitig dann hast du noch elf ja alles klar dann hast du noch elf geld so jetzt pass auf die kräuterhex hat man jetzt gerade das ist die kräuterhex dann müssen wir hier hierhin rein mit dir machen wir heute alles mal vom esel aus ja ich bin es genau so mädel du hast da zu viel geld ist muss weg klamotten kommen hier sagt was hast du denn noch 300 hast noch pelzschuhe kannst du auch noch welche kaufen die stehende bestimmt gut dazu noch 23 geld hat sie noch ein kleister wir kriegen ja nicht immer alles los wo ist denn der schmied da ist der schmied hallo schmied hallo schmied so was hast du kann ich von dir vielleicht noch irgendwas kaufen was ich brauche du hast ja wirklich nichts nicht nur aber kein aber geld hast du das ist doch schon was wert was auf pelzschuhe verkaufe ich die alle so immer noch fünf stück übrig jetzt hat er bloß noch hundert und sieben geld 107 geld 107 was kann man ihm denn noch andrehen 107 geld 107 eisenhacke eisenmesser es kann alles nicht bezahlen fischersperre brauche ich selber kupferhammer 107 da kann er einen kupferhammer könnte er kaufen so dann hat er auch nichts mehr ja entschuldige jetzt müssen wir noch zum zeigen wir mal deine wahre entschuldigung du wohnst ja hier du bist ja die kräuterhexe stimmt ja die kräuterhexe gewesen moment dann müssen wir zudem radzi bohrer wieder heißt dann du nicht der jächer der jächer jetzt schauen wir mal nehmen dem jächer aber sein letztes geld weg doch gott doch gott ist das ist ja gar nichts was die haben es ist ja gar nichts so klamotten mäßig hammer wir haben immer noch schule wunderwitzige jetzt hat er noch 204 was können wir denn für 204 noch verkaufen wir haben alles hochwertige sachen weil er wollte die schere kannst du haben sondern noch 76 76 76 pass mal auf 76 meisten pfeile die brauchst du mit sicherheit so jetzt hat er noch 11 11 kriegen wir nichts mehr los das ist logisch nicht so mehr leute gibt es hier nicht dann schauen wir jetzt mal ob wir noch einen mann finden wir brauchen einen der so um die 26 27 jahre alt ist und wie gibt es hier von denen der ist 21 der ist 29 recht und der ist 24 ok warte mal dann steigen wir mal ab bist du wirklich der war der gerwazi der gerwazi der gerwazi ist es der gewesen der gerwazi ist 29 jahre genau also dann mal kleinen moment kleine pause bitte für euch so ich habe den gekauft nicht gekauft entschuldigung ich habe den eingestellt weil ich bin immer noch so schwer hallo esel kommt lass uns nach hause gehen der war wie alt kommt der ist alt 12 nicht immer nicht nehmen tut mir leid wir haben immer noch so ein haufen solch jetzt haben wir das ganze dorf also alle dörfer haben wir jetzt leide gemacht wir haben alle pleite gemacht wir können nichts mehr verkaufen ist natürlich ist die artik ist eine so jetzt reiten wir nach hause kommen dass mich vorbei meine wir könnten schnell reise machen scheiß die wandern es ist schon dunkel und es ist schon spät die banditen sind ja auch immer wieder neu orientieren die sich bei jeder jahreszeit sind die ja haben die neue lagerplätze und so so steigen wir mal ab so jetzt schauen wir noch mal ins inventar was haben wir denn jetzt inventar mäßig wir haben jetzt 92.000 plus 14.000 von den marktständen wir sind schön über 100.000 einwandfrei so jetzt wollen wir nach hause wir wollen ja brauche ich bin es wieder und nach piastovia wollen wir kein problem dann mal los damit man nämlich recht bald daheim sind so jetzt sind wir hier sind wir hier und sind wir da so dann haben die kein geld mehr dann holen wir unseren esel mal schauen wo der wo der wieder sich rum drückt ach da hinten kommt er aus dem gebüsch raus ok als wenn er die ganze zeit schon dort gestanden hätte jetzt sind wir schon wieder bei 25 minuten so also pass auf ja ist gut schreit nicht so rum der einzige der hier schreien darf das bin ich so auf geht's dann müssen wir dem erst einmal das haus zuweisen äh wo kommt denn der eigentlich hin warte mal er kommt er kommt küche küche ja küche er kommt zur küche also müssen wir erstmal darüber ist das ein stress hier wir müssen zur küche dann müssen wir dem erst einmal sein haus zuweisen küche 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 ist das hier so bleibt stehen so anschlagstafel die lechoslava war das stimmt das ja das ist die lechoslava und du kriegst den gerwazy den gerwazy den gerwazy kriegst du und der hat die zwei der gerwazy hat die zwei der gerwazy hat die zwei und der darf arbeiten also denn was ist noch gar nicht da der gerwazy oder müssen wir das anders machen der wazy der ist 920 genau und der hat die fähigkeit der hat überhaupt gar nichts das war denn wollen der geht in die küche habe ich gesagt genau das ist produktion produktion gewinnung jagd produktion in der küche ach das ist die küche die küche moment die küche das ist küche bei toni bei tonis bei toni beim golden toni sie für die kneipe arbeiten die ja nicht beim goldenen toni so machen wir es nicht beim goldenen toni bestätigen so es ist die küche und die küche kriegt noch ein einen gerwazy dazu ein gerwazy wo ist der gerwazy der wazy da ist der gerwazy ok so dann haben wir die küche mit zwei leute bestückt alle haben die fertigkeit zwei keiner ist bevorteilt ok alles klar dann ab nach hause was machst du da wären zählen oder was so dann tun wir mal abladen schnell wir können ja nichts mehr verkaufen wir haben ja nichts mehr andersrum gesagt denen wir gerne was verkaufen täten wollen die haben kein geld mehr so die fackel an damit ihr noch was sieht so schön einparken so kommt so ok fast so dann schmeißen wir alles raus was man nicht mehr brauchen klamotten das ist alles nur noch meine ok dann haben wir jetzt wieder zurück mit bronze messer wir haben so vieles nicht losgekriegt das ist der helle wahnsinn das wäre noch mal schweinig geld wert ist was wir hier zusammen bekommen hätten können wenn die alle ein bisschen mehr geld hätten schau dir das mal an aber gut dann verkaufen wir deshalb über die marktstände ich meine das ist also dann auch nicht so schlimm schlumm 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 fischersperre brauchen wir genau ach so da müssen wir müssen wir welche herstellen fischersperre dann haben wir das dann haben wir das dann haben wir das hier das kommt auch wieder weg kupferpfeile kommen wir weg die können wir uns dann holen wenn wenn es wenn wir unterwegs sind trinkschlag wiesenschädel kommen wir erst einmal wieder weg so dann schauen wir mal was du doch alles dabei hast hier reisen hacke reisen hammer mein gott wann soll ich das jemals verkaufen das ist der helle wahnsinn reisen messer werde ja gar nicht mehr auf reisen schaufeln gürteltasche das war ja genau die gürteltasche die wir nicht brauchen kupferhammer kommt weg dann hat er noch sattelhufeisen große satteltasche das passt alles klar so oder mal auf sitzen und dann geht es nach hause dann sagen wir den lieben leuten schon einmal nach 32 minuten videozeit machen wir den schon mal wieder tschüss und dann gucken wir ja man geh halt bereit so hoch mit dir ja dankeschön fürs reingucken für die zeit ihr euch wieder genommen habt bei mir hier zu schauen freut mich natürlich und denkt ane like einen kommentar und macht werbung für den kanal schaut in die video beschreibung dort findet ihren link oder mehrere unter anderem von der lake sun die macht herrliche videos auf youtube und die streamt auch auf twitch da könnt ihr ruhig einmal reingucken dann schreibt ihr hier in ihrem kommentar ja ist ja gut dann schreibt er im kommentar dass ihr vom old gaming dead lp kanal kommt dann freut sie sich also die kleinen ferkel die werden nicht größer das ist ja furchtbar mit denen so den rest müssen wir jetzt hier noch unterbringen so eselchen haben wir leer gemacht ja und in dem sinne sage ich dann einmal moment wir gucken noch mal nach was geld haben 92.000 92.000 dann gucken wir 92.000 haben wir und hier haben wir schon 15.000 wieder eingenommen innerhalb von zwei tagen haben wir so zweieinhalb bis knapp 3000 so naja gut das lassen wir jetzt erst einmal hier drin momentan brauchen wir es ja noch nicht das geld außer wir werden überfallen dann haben wir pech gehabt ok dann ausladen alles und da braucht ihr ja nicht zu gucken das ist ja für euch zu langweilig also sage ich heute bis zum nächsten video tschüss bei bei arme video euer old gaming dead lp